weil du bist so ein wichser ne jetzt wo ich so gehört habe heute das ja am mittwoch seit dieser hähnchenhain da ist habe ich voll auf die pommes ich weiß nicht wie lange der da ist ich weiß nicht wie lange der da ist aber wenn wir nachher einkaufen gehen dann hole ich mir wahrscheinlich weg weil ich denke mal wir gehen so um 18 oder sowas denke ich mal wahrscheinlich ich glaube so lange bleibt er nicht vielleicht doch auch mich sehr oft mir das so schlecht zu reden weiß ich finde ich nicht cool von dir es ist aber der kult anders herum oder was ja also ich muss schon sagen ich glaube du hast keine chance ich fresse bei essen hört der spaß auf ich komme nicht hoch man das zu fett glaube ich ja nur der gedanke an die pommes macht dich schwerer ja eben allein schon von den gedanken von den pommes nämlich zu